Hup! Hup! Wenn wir hier normal sind, da unten verpassen, dann tausend. Wir waren gestern am Nachmittag für drei Stunden zu tief. Wir haben hier einmal im Monat eine Festplatte kaufen, oder? Wir werden ja ungefähr 7 Meter verpassen. Dann bleiben wir auch noch. Die Ferienaufnahme macht, das sind ja da. Das ist ein geniales Ort. Das kann man noch mal machen. Jetzt mal so ein bisschen, dass wir dann leider die Führung haben. Dann kann ich auch noch ein bisschen. Dann kann ich auch noch ein bisschen. Kann ich auch noch ein bisschen. Kann ich auch noch ein bisschen? Nein, das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. Ja, das kann auch ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist wirklich schön. Aber für Leute, haben die Bilder von denen gesehen? Teilweise, ja. Also fast alle Menschenaufnahmen waren von mir. Ich habe das schon nicht so gemerkt. Da waren so viele Bilder. Auch von anderen. Ganz viel. Da machen wir alle Bilder. Ja auch. Oh, die Wurfwindstelle. Oh, die Wurfwindstelle hier. Guck mal, das ist so ein geiler Slot. Das ist so. Ja auch. Weißt du, was ist das nicht so? Wo ist das? Ja, das ist so. Was ist das, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, der ist so. Wo ist das? Ja, das ist gut, dass man das machen kann. Uwe, renn weg, jetzt wirst du Eiserdeppern. Oh, nee, oder? Oh. So, wir haben die verabschauen und erzählen das nicht. Das ist ein bisschen, oder? Ja, ja.